Handys, Smartphones und Tablets, sie sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Doch dass in diesen kleinen Alleskönnern nicht nur die neueste Technik steckt, sondern auch Rohstoffe, die unter unmenschlichen Bedingungen gewonnen und vertrieben werden, das sieht man ihnen nicht an. Das katholische Hilfswerk Missio hat eine Kampagne für saubere Handys gestartet. Das war so heftig, das wird in den nächsten Tagen verboten, oder? Der Krieg im Kongo hat auch mit unseren Handys zu tun. Es geht um Bodenschätze und Mineralien, die für die Herstellung von Mobiltelefonen benötigt werden. Auch Bundespräsident Joachim Gauck hat sich bei Missio über die Problematik von blutigen Handys informiert. Friedel Hütz-Adams ist Experte für Rohstoffe beim Südwind-Institut, einem gemeinnützigen Verein, der nach Wegen zu einer gerechten Weltwirtschaft forscht. Die Bodenschätze im Kongo können zum Teil mit einfachsten Mitteln abgebaut werden, wie eben dieses Koltan, wo das Metall-Tantal drin ist, was sehr, sehr wertvoll ist, oder auch Gold oder Diamanten. Und Rebellengruppen können dann hingehen und weder direkt Minen übernehmen oder ihnen die Dinge auch abnehmen. Und dann werden die Mineralien über die Grenze transportiert, mit Kleinflugzeugen oder auch mit LKWs, und von da aus auf den Weltmarkt geliefert. Also theoretisch könnte man in zwei, drei Jahren so weit sein, dass man die Kette bis zu den Schmelzen nachvollzogen hat und auch relativ lückenlos nachvollzogen hat. Und dann müssten die großen Unternehmen ihre Lieferanten verpflichten, nur in sauberen Schmelzen zu kaufen. Das ist im Aufbau. Es hat sich jetzt gezeigt, es geht schnell, wenn man es will. Faraj Justan ist Direktor von Justice and Peace in Bukavu. Er hat mit seinem Team ein Netz von Traumazentren im Osten des Kongo aufgebaut. Die Situation ist so. Die Rebellen vor Ort haben kein Geld. Sie überfallen Minenarbeiter, die Koltan und Gold abbauen. Und dann verkaufen sie die Mineralien. Und die Firmen produzieren dann hier Handys. Das bedeutet, mit dem Kauf der Handys finanzieren wir den Krieg im Osten des Kongo. Pfarrer Jean-Claude wurde umgebracht. Er hatte sich in seinem Dorf für die Kinder eingesetzt. Sein Haus wurde komplett zerstört. Heute haben wir dort ein Traumazentrum eingerichtet, um die Frauen und Kinder zu unterstützen, die traumatisiert sind. Auf der Ebene der Gesellschaft sollte man die Menschen ermutigen, fair gehandelte Smartphones zu kaufen. Und jeder Einzelne sollte mitmachen bei der Unterschriftenaktion von Missio für saubere Handys. Wir im Kongo, wir brauchen die Solidarität und Unterstützung der Menschen in Europa. Denn unsere Leben sind in Gefahr. Wir gehen im Kampf für die Frauen, Kinder und Minenarbeiter viele Risiken ein. Und dabei brauchen wir Unterstützung. Missio-Mitarbeiter Jörg Nowak hat im Kongo viele Opfer brutaler Gewalt persönlich getroffen. Ich bin vor einigen Wochen in den Kongo geflogen und habe dort Missio-Projektpartner besucht, die sich in den Traumazentren um die Frauen, Männer und Kinder kümmern, die unter dem Krieg leiden. Und habe dort unter anderem zwei Frauen getroffen, die berichteten, dass sie von Rebellen entführt wurden, brutal vergewaltigt wurden und in den Gold- und Koltanminen schuften müssten. Sie erzählten, dass in etwa alle zwei bis drei Wochen Helikopter dort gelandet sind in dem Rebellengebiet, in dem Rebellencamp, haben Waffen abgeliefert und Lebensmittel und haben dann Gold und Koltan mitgenommen. Diese niederländische Initiative, die sich Fairphone nennt, die haben ja binnen zwei Jahren als eine ganz kleine Gruppe von zwölf Leuten angefangen und haben gezeigt, dass man binnen zwei Jahren zu einem deutlich saubereren kommt. Wenn ich mir also jetzt vorstelle, dass die Industrie Geld in die Hand nimmt, dann sollten sie in zwei Jahren soweit sein, dass sie es ausschließen können. Da ist nun die Mobilfunkindustrie gefragt. Doch auch viele Netzbetreiber wollen sich mehr engagieren. Cornelia Schischkowitz ist Leiterin der Abteilung Nachhaltigkeit bei der Deutschen Telekom. Die Deutsche Telekom hat schon 2005 ein Koltan-Statement veröffentlicht. Das steht immer noch auf der Website. Und wir verpflichten unseren Lieferanten, keine Rohstoffe aus Konfliktgebieten zu verwenden. Das ist das eine. Das andere ist, mit dem Aufbau der Conflikt-Free Smelter Initiative, also Schmelzen, die konfliktfreies Material verwenden und zertifiziert sind, ist das jetzt auch leichter möglich, das nachzuvollziehen. Und wir unterstützen diese Initiativen. Fairphone überlegt noch, ob mit der Telekom das für sie interessant ist als Vertriebspartner. Wir überlegen auch. Wir sind in Gesprächen. Und ich denke, es wird frühestens mit dem nächsten Fairphone, das Fairphone 2.0, das im nächsten Jahr auf den Markt kommt und 200.000 Stück ungefähr Auflage sein sollen, könnte es interessant werden. Dass jeder hier etwas tun kann, hat auch der Katholische Deutsche Frauenbund im Bistum Regensburg mit seiner Unterschriftenaktion gezeigt. Dieser Scheck, also 10.000 Euro, haben wir gesammelt im Zeitraum März 2013 bis Dezember 2013. Unsere Frauen waren sehr betroffen von dem Schicksal und wollten einfach helfen. Kann man irgendwas tun von hier aus, von Deutschland aus? Als wir von der Aktion Saubere Händis gehört haben, haben wir Unterschriften gesammelt und auch einen Spendenaufruf gestartet. Wir haben an Spenden 10.000 Euro gesammelt und Unterschriften kamen knapp 4.000 zusammen. Ich glaube, dass es einen Applaus wert. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit.